Pfff Huuuuh Äh ne halt, hier lang Das ist wieder Geld Oder doch noch ne Karte Dann kommt deine Theorie mit rein aber nicht mehr hin Ja aber da hinten ist ne Bostür, das seh ich von hier schon Jetzt krieg ich gleich nen Anruf, genau HDD ich nicht rangehen kann, weil ich automatisch rangeh Okay Travis, hallo The moment you step onto the field, the fight begins If you win, you will be ranked 9th If you lose Well, there's no need to go into that Need to pop a breath mint Hit the restroom Brush your teeth When you are ready, step inside Man will ja auch gut aussehen, ne Hm Und Und Ich liebe diesen Spruch Aber die baut dich nicht gerade auf, ne Eben, die macht mich runter Deine Chancen zu überleben sind gering Batterie Ein Wrestling-Move In einer Maske In einer Maske Jawoll So soll es sein Ah halt, das war grad der Speicherpunkt, oder? Ja, das war der Speicherpunkt Ja, ich mach das Ding erst voll und dann speicher ich Yes So, mal gucken, wie Toiletten im Destroy Stadium aussehen Hm Achso, die sind doch überall individuell, oder? Ja Uh Hm Ja, Erleichterung Ja, jetzt nicht so schön wie in der Villa, aber Ja, was willst du erwarten? Öffentliche Einrichtung halt Ja Nochmal? Ja, ich speichere auch gern zweimal Und im Spiel wird man Förderspiel Tja Schleichwerbung, obwohl das ist keine Schleichwerbung, das ist offensichtlich Ah Das würde mir jetzt viel bringen, das nochmal aufzumachen Okay Nein, ich müsste jetzt ja direkt losgehen, ne? Ja, ein Schöne Einrichtung Ja, das Ding gerne Und ich hasse ihn Mehr oder weniger Weil, sieht man glaube ich schon an seinem Gürfel Ganz recht, der liebe Dr. Peace ist ein Fernkämpfer Ja Es ist sein Abgang, finde ich so geil Gibt so geil, was Tremister macht Warte da sehen, ich sag natürlich nix Aber auch rezensiert, ohne Ende Aber es ist wieder ein Recht alter Kerl, ne? Ja Lea Lea Wegeninteressiert Achtung die association took care of it of course what fuck my entry what's important is not the fact the reservation are hard to get in fact no one gets reservation the words reservations only apply only to those outside of the circle getting into that circle matters and the food good taste it like blood unfortunately the atmosphere was a facade not once did my own daughter and the secret on the food taste it like blood you're a junkie for blood old man sadly i can't disagree there's only one way to live people like us were sharks you got it old man and for some reason i feel the sense of euphoria okay don't die on me too quickly i want to gorge myself on the sense of fulfillment till i vomit i can't even translate that i can't even translate that but yeah it will be very expensive man this is what i live for fighting my own kind nothing is more gratifying see you on the side yeah er will es auskotzen auskotzen bis er selbst davon kotzen bam au man sollte keine kugeln so schlagen junger naja this is lame und ich renne natürlich nicht direkt auf ihn zu weil man sieht ja er ballert naja so machen sie übrigens ihren one hit kill move wenn sie so rot leuchten als sie fern bleiben als sie fern bleiben oh god oh god also mit dem ist definitiv schon weniger zu spaß als mit dem ersten ach nein oh 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 du bist ein Moves hasse ich. Au. Aber wenn der sich gleich auch 3 teilt, dann wird das ziemlich gut. Oh nein. Edge. Block. Achso, also hat jeder so 1 eigene Tricks, oder? Ja. Vance. Papp, 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 papp. Ah, herrlich. Autsch. Ja, das war jetzt scheiße. Der hat gesessen. Au. Und dann natürlich auch antizieren. Ne, das war dumm halt. Ja. 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 Ich glaube, das ist sinnvoll, dass er so eine zentrale Position hat, da kann er doch alles treffen. Ja. 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 Ja, ja. Das ist vorbei. Was war das denn? Wie war das mit ist vorbei? Eigentlich, ja. Das war sein finaler Angriff. Achso, okay. Du bist nicht, Alter, ihr. Also der Ausbomberman meine ich. Ah, epic. Hoppsala. Scheiße.